53% Ich glaube es geht Ich fahre ja nicht schnell, ich sehe Schlampen Ja Schlampen, ja hallo Ja wir sind ja freig hier auf die Kamera Ja guck mal, ich komme dann, gucke Ja das ist mein Hirsch Aber wir sehen mein neuer KTM Team Kawasaki 3 Mh 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 schon wieder Fischer ist hier. Hoffe geht das. Ich will mal für alle Leute sein wie ich hier drauf springe. So einfach wie mein neuer KTM. So einfach wie Scheiße eigentlich. Ich will mal an sieh, nur mal an sieh, nur mal an sieh. Nnannann, nnnnann, nnann ... nein, nnnn... Tja da ist mein Gartenzwerk dieses Pis-Vie, hallo hallo Leute was will dieses Gartenzwerk her? Das valancieren oh guck geht doch. Einfach. Einfach ihr muss. Scheiße. Ist die Kamera okay? Okay. Ja. Jetzt kommen wir bei Sektor 1. Sektor 1 ist gar nicht defical. Nein, 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 nein. Jetzt kommt. Jetzt gucke und jetzt Sektor 2. Hier, einfach so. Es ist difficult. Und jetzt springen. Hier. Oh fuck Oh mein Gott ja bisschen schwierig ja mein Ziel ist weiter mein erstes Video immer schwierig ja so mal gucken seht ihr da ist Gartenzwerg am springen also ok jetzt machen wir nochmal Tetz gucken so sehen wir oh my ok ok oh 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 wie guck ich jetzt scheiße da geht ok 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 ok